Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute das Haus Wildtieland. Hier sind wir an der Rezeption und hier bekommt ihr eure Schlüssel. Das ist unser Kiosk. Hier gibt es Eis, Kuscheltiere und Regenschirme, aber die braucht ihr bei uns gar nicht. Das ist unser Speisesaal. Hier könnt ihr euch von unserer guten Küche verwöhnen lassen oder abends Partys feiern. Das ist unser Seminarraum für Tagung, Tanz und Teekränzchen. Das ist eines unserer Zimmer. Und wie alle Zimmer hat auch dieses Zimmer ein eigenes Bad. Das ist unser Balkon. Hier könnt ihr wunderbar morgens Kaffee trinken oder laue Sommerabende genießen. Draußen kann man bei uns auf der Terrasse sitzen oder Spaß auf unseren Klettergerüsten haben. Für Ausflüge stehen für euch 34 Fahrräder bereit, demnächst sogar zwei E-Bikes. Sollte es einmal regnen, könnt ihr euch in unserer Freizeithalle vergnügen, bei Basketball, Tischtennis oder Fußball. Ich hoffe es gefällt euch bei uns und ihr kommt uns bald besuchen. Ich hoffe es gefällt euch bei uns.